Weiter geht's mit einer neuen Folge mit der Mission für König und Vaterland. Primärziele, feindliche Bomber über London abfangen. Die Schlacht um England nährt sich im Höhepunkt. Tag für Tag fliegen die Deutschen verheerende Luftangriffe gegen London. Das 229. wurde nach Northolt verlegt, äh, Northolt, um bei der Verteidigung der britischen Hauptstadt zu helfen. Heute befindigt Thithworth Lionwing bei seinem Patrouillenflug über London. Neben einem neuen Geschwaderführer hat Lionwing auch neue Maschinen. Da auf dem 229. endlich Spitfires zur Verfügung gestellt wurden. Cool. Oh, Panzerung ist aber echt ein bisschen, äh, mau. Na gut, probieren wir es einfach mal. Äh, Schwierigkeit leicht, nicht normal. Verarschen. Aber ich will mal gucken, kann ich die Tarnung... Kann ich nicht. Okay. All wings, fresh enemy formation approaching London. Wir schrauben mit 229 and 303. Lion and Tiger wings. All wings, engage. The fate of London is in your hands, gentlemen. Good luck. I've been itching to try out to spit fire. Pedal's like a dream, doesn't she? Don't get too cocky. Compared to a Hurricane, this thing's as fragile as an eggshell. That's enough, you two. Let these juries have it. Listen to him. Two months' experience he's got. Jerry board down. Hooking for new target. One more for the chalkboard. Blimey, look at their numbers. We must have gone to the land. And they're taking it out on civilians, the barbarians. Stay sharp, Japs. Use your speed and maneuverability. Make a fast approach, fill them with lead, and get away. Target eliminated. Hey, I think they're going to get out of the ground. The best one won't drop any bombs today. Okay. Aber jetzt! Toll, darf ich das mal wieder hinfliegen? Hauen die ab, oder was? Er ist fertig. Lass uns noch einen holen! Die fliegen doch, oder? Ach, das sind neue. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Verfehlt. Oh, toll. Das war's. Das letzte von den Bombers. Das war ein Massaker. Das sollte Göring etwas tun, was zu denken. Sehr gut. Es werden keine Fehlungen in Berlin heute, oder irgendwann bald. Okay. Nächste Mission. Die Schlacht um Midway. Primärziele. Feindliche Flottenorten, feindliche Träger, möglichst schwere Schäden zufügen. Sekundärziele. Anderen feindlichen Kriegsschiffen, möglichst schwere Schäden zufügen. Ups. Na dann. Oh, haben wir jetzt einen Bomber, oder was? Interessant. Na dann, starten wir damit. Na dann, starten wir damit. Gut, läuft, Flixer. Läuft. Äh, Mission neu starten. Ja. Baloo und seine Crew. Ach, ich muss jetzt dranbleiben. Hä? Hallo. Achso. Gonna be hard to stand course in this weather. Green Eagle wing. Let's take us up above the clouds. Eagle wing. Formation. We got time for this. Das ist gut. Das ist sicher, dass die Jäpsen wie wir sind. Wir finden sie. Du wirst, McAllister? Du denkst Gott will step into this affair of ours? Get serious. Oh, das ist viel größer als wir. Sie haben nach China. Ich habe. Die Jäpsen sind da. Ja, ich denke, sie verdienen etwas Divine Retribution. Hey, sie werden keine Retribution haben, wenn wir nicht finden sie. Pipe down und keep your eyes peeled, boys. Die Jäpsen sind da. Äh, drehen die jetzt auch ab oder what? Holy smokes! There they are! That's our target. Eagle Wing engage. Go for the carriers. We'll handle the fighter cover. Yee-haw, you're going to die Jäpsen. Wow, talk about heavy flack. And for the rear Eagles. It should be a little safer there. Wow, this Jäpsen ist wirklich was. Das Schlimme ist, ich sehe nicht mal, wie doll die Sachen kaputt sind. Das Schlimme ist, Boss, und ich bin Jäpsen. Hey, das Blacktop ist tot für. Don't stop to celebrate. Let's see what else we can do. So. Komm, da kriegen wir rein. So, Treppstoff recht noch eine Weile. Vielleicht doch nicht. Äh, was war das denn? Amazing. Amazing. Two Jäpsen in one day. Dougie will be real sore about this. Haha. Whoa, whoa, more Jäps. That's all right. Look behind him. Some of our boys are chasing him home. Das war knapp. Boss, mein Flugzeug ist in realen Problem. Whoa. Whoa. Gotta get away from this chap. I'm a Conner. Okay, Träger-Escorter vernichtet. Das ist sehr gut. Alter, wieso hat der so komisch gelingt eben? Oh, dieses Heer ist ein totaler Disaster. Gees, drei Carriers. Boys, this is history in the making. Ich krieg das nicht. Ich krieg das nicht. Sehr gut. Und up she goes. Look at that laptop burn. Nothing short of incredible four Carriers. We paid it back for pro big time. Let's go home, boys. Leave the Zeekstown Wildcats. Äh. Zum Zielgebiet? Scheiße. Ich krieg das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Na geil Oh, hoffentlich verkacken wir das jetzt nicht Gerade wenn die Maschine hier so wackelt Oh Gott, ich werde verdammt Kannst du nicht die Yorktowne sehen, dass sie aus der Aktion sehen? Lange auf unserer Deck, jetzt! Oh, roger da, Enterprise Die Enterprise Käpt'n Picker Ich komme Oh Gott Treibstoff wird langsam knapp Knapp, 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 knapp Ja, danke für den Hinweis Ah, ah Nein Das sah doch gut aus Oh, diese Landungssachen, ey Oh Gott, ich werde verdammt Oh Gott, ich werde verdammt Kannst du morons sehen, dass die Yorktowne aus der Aktion Oh, der Wind ist beschissen Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus Oh Gott, ich werde verdammt Oh Gott, ich werde verdammt So, ich nehme an, wir müssen jetzt hier nur so andeuten, dass wir landen Oh Gott, ich werde verdammt Kannst du morons sehen, dass die Yorktowne aus der Aktion sehen? Lange auf unserer Deck, jetzt! Oh, roger da, Enterprise Oh, ne, das wird nicht Scheiße Oh, ey, immer diese beschissenen Winkel Diesmal wird es dadurch dann scheitern, dass wir Treibstoff gehen mehr haben Oh, geh runter, geh runter Wieso? Ich verstehe es nicht Ich konnte dann schon wieder nicht mehr reagieren, ey Nochmal, ey, kann doch nicht so schwer sein Blah, 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 blah Oh Gott, ich werde verdammt Kannst du morons sehen, dass die Yorktowne aus der Aktion sehen? Land auf unserer Deck, jetzt! Oh, roger da, Enterprise Oh Gott, ich werde dir das nicht mehr so schwer sein, ey, ich werde dir das nicht mehr so schwer sein Das sieht gut aus. Oh, das sieht eigentlich richtig gut aus gerade. Na endlich. Spitze bedanke mich. Bis dann.